Anna, Anna, haben Sie den Ernst der Situation verstanden? Der Facharztbefund ist leider erschütternd. Anna, wir Ärzte können nichts mehr für dich tun. Ich empfehle Ihnen, nützen Sie die Zeit und genießen Sie das Leben. Untertitelung des ZDF, 2020 und genießen Sie das Leben. Oh, du bist schon am Packen. Dein letzter Tag halt. Ja, leider. Na ja, du kannst es dir noch mal überlegen. Alles Gute dir hier. Norman? Ja. Ja, die beste neue Musik von uns für euch, wir sind Radio Galaxy Camp. Das war die neue von Madonna, Living for Love. Und genau nach dem Motto handeln wir jetzt. Es ist ein Herzenswunsch von unserem Studiogast heute, einmal im Radio mit dabei zu sein. Sag gar nicht mehr weiter, viel dazu. Hier ist sie, bitteschön. Ja, hallo, hier ist die Anna. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier am Mikro sein darf. Jetzt gibt es gleich für euch Clean Bandit und Jess Glynn mit Real Love und Ed Sheeran ist auch dabei mit Don't. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier am Mikro sein darf. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier am Mikro sein darf. Und was anderes. Oder was anderes. Hashtag danke. Danke. Okay. Okay, cool. Sieht voll gut aus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Sieht voll gut aus. 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 Sieht voll gut aus.